Hallo, heute zeigen wir euch mal, wie man Sexualhormone von Bäumen erntet. In dem Fall ernten wir heute hier Pine Pollen, auch bekannt als Kiefernpollen. Wir sammeln heute die Pollen von der Waldkiefer. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Kiefernarten, zum Beispiel auch die Schwarzkiefer und viele weitere. Und man kann die Pollen von allen Kiefernarten benutzen, das ist relativ egal. Wir stellen euch jetzt hier in dem Fall eben die Waldkiefer vor, weil wir die eben hier in Massen haben. Und fangen wir mal an, wie man die so in etwa bestimmen kann. Also wir haben natürlich erstmal die Borke. Die ist gerade bei der Waldkiefer sehr prägnant. Da haben wir im unteren Bereich vom Stamm vor allen Dingen hier solche großen Schuppen, die teilweise auch abfallen und die sind ja manchmal so ein bisschen grau, können aber auch so rot-braun sein. Also so ein bisschen so eine Mischung und ja richtig große Schuppen haben wir da. Und dann haben wir im oberen Bereich des Stamms und auch an den Ästen meistens hier diese sogenannte Spiegelrinde. Die ist eben so sehr orange eigentlich und dadurch entsteht dann so ein sehr prägnantes Bild bei der Waldkiefer, die eben so sehr zweifarbig eigentlich ist, so vom Stamm her und von der Borke. Da haben wir ein ganz gutes Merkmal einfach schon mal so von der Farbe her auch. Und ja, dann haben wir die Nadeln. Die sind so blau-grün und die kommen immer in Paaren raus. Also immer paarweise zwei Nadeln haben wir immer zusammen. Die sind so vier bis sieben Zentimeter lang. Und dann haben wir hier die Zapfen. Ja, die sind ein bisschen wie so an so einem gekrümmten Zweig, hängen die meistens so runter. Und dann natürlich, worauf wir es jetzt absehen ja eigentlich, sind hier eben diese männlichen Blüten. Ja, denn da sind die Pollen drin und da haben wir hier so einen recht langen Trieb. Und seitlich gehen die alle ab, diese männlichen Blüten. Und dann kann man da auch mal gegenschnipsen, wenn man will, um halt zu gucken, ob die schon Pollen geben. Weil die sind natürlich unterschiedlich reif. Es gibt jetzt welche, die im Mai eben kommen. Anfang Mai schon die ersten. Aber es zieht sich dann über den Sommer lang hin. Also die bilden recht lange Zeitpollen. Und von Baum zu Baum, auch wenn die direkt nebeneinander stehen, kann es sehr unterschiedlich sein. Also da muss man dann halt gucken, wo halt viele Pollen einfach schon so abgeworfen werden. Und ja, da kann man dann ernten und eben diese männlichen Blüten dann abknipsen. Und ja, die sind so gelblich, oder so manchmal auch hellgrün. Je nachdem, in welchem Alter diese ungefähr sind. Die Kiefernpollen, die stecken wirklich voller Inhaltsstoffe. Also was hier gerade so durch die Lüfte fliegt, ja. Es ist dermaßen voll. Also es geht erstmal los mit einer richtigen Besonderheit aus der Welt der Pflanzen. Die Kiefernpollen enthält nämlich Hormone. Und zwar Testosteron, Epitestosteron und Androsdenidion. Also das ist schon mal was sehr, sehr Besonderes, was man im Reich der Pflanzen so eigentlich nicht findet. Aber darüber hinaus sind auch noch lauter andere tolle Sachen drin. Wir haben 20 Aminosäuren. Alle essentiellen Aminosäuren sind mit dabei. Wir haben über 15 Vitamine, ja. Zum Beispiel Beta-Carotin, Vitamin B1, B2, B3, B6, Folsäure. Wir haben über 30 Mineralstoffe. Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink. Dann auch eine Besonderheit. Vitamin D ist drin. Findet man auch eigentlich in Pflanzen nicht so wirklich. Sehr selten nur. Also toll. Dann Flavonoide, ungesättigte Fettsäuren und so weiter und so fort. Also insgesamt sind in den Kiefernpollen über 200 Substanzen bisher gefunden worden. Also es ist wirklich ein Kraftwerk der Substanzen und der Vielfalt. Und eine Multivitamin und Multimineral und Multi alles mögliche Quelle. Also ziemlich gut. Und es staubt einfach unglaublich. Also diese unzähligen Pollen hier, die hier zu Hunderten und Tausenden durch die Luft fliegen und die über 200 Inhaltsstoffe enthalten, sind leider wissenschaftlich aber sonst noch nicht so viel erforscht. Also außer natürlich, was sie eben enthalten. Es gibt sehr wenig Studien dazu bisher. Eigentlich nur In-Vitro-Studien und ein paar Tierversuchsstudien. Und sowohl in den In-Vitro-Studien, als auch in den Tierversuchsstudien, hat sich eine entzündungshemmende Wirkung gezeigt. Eine schmerzlindernde und eine antioxidative Wirkung. Und bei Versuchen mit Mäusen auch eine Wirkung gegen Arthritis. Aber wie immer gilt natürlich, dass sich In-Vitro-Studien und Tierversuchsstudien nicht eins zu eins auf den Menschen direkt übertragen lassen, sondern nur eventuell so sein könnten bei Menschen. Das ist natürlich dann auch noch ein weiteres Problem, dass wir jetzt ja gar nicht wissen, wie es bei Menschen an sich wirkt mit Studien. Aber da geht es jetzt auch um den Testosteron-Gehalt natürlich da drin und die anderen Hormone, die angesprochenen. Denn dadurch, dass es überhaupt nicht erforscht ist, die Wirkung auf den Menschen von diesen Pollen direkt, weiß man natürlich auch gar nicht so wirklich, ob diese Hormone wirklich vom Menschen aufgenommen werden. Und wenn ja, wie. Also ob das reicht, einfach die Pollen oral zu sich zu nehmen. Oder teilweise wird auch empfohlen, sie einfach im Mund zu behalten und über die Schleimhäute so besser aufzunehmen sozusagen. Oder ob eine Tinktur eben besser wirken könnte. Oder was oft bei Produkten ist, die man kaufen kann, dass die Zellwände aufgebrochen sind, was auch die Bioverfügbarkeit erhöhen soll. Aber wie es denn wirklich direkt ist, ist nicht erforscht. Und es ist natürlich gerade mit Hormonen auch ein bisschen problematisch. Insofern, wenn man jetzt Testosteron und diese anderen Hormone in den Körper zuführt und jetzt mal davon ausgeht, dass sie vom Körper aufgenommen werden, ist es normalerweise so, dass der Körper ja die eigene Testosteronproduktion irgendwann runterfährt. Weil er denkt, da kommt ja immer mehr von draußen rein, da brauche ich ja selber nichts mehr produzieren. Und teilweise auch Östrogene natürlich produzieren kann, wenn es in Anführungsstrichen zu viel ist und der Körper eben wieder eine Balance herstellen will. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein bisschen risikobehaftet, das zu sich zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt plant, das über längere Zeit regelmäßig zu machen. Also wir haben für uns entschieden, dass wir es nicht so machen, dass wir es wenn dann nur ab und an mal nehmen. Aber jetzt nicht täglich über Monate hinweg. Also das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Das Risiko ist da. Also zwei Risiken. Das eine Risiko ist, dass die Wirkstoffe, also gerade die Hormone, eh gar nicht wirklich vom Körper aufgenommen werden. Und das andere ist, wenn sie aufgenommen werden, dass der Körper da eventuell gegensteuern könnte und es zu unerwünschten Effekten führt. Natürlich ist es eh so, mit gerade Testosteron und so. Wer da denkt, einen Mangel zu haben, sollte natürlich nicht anfangen, selber rumzuexperimentieren, sondern ganz einfach zum Arzt gehen und einen Bluttest machen lassen. Ist nicht sehr aufwendig, geht sehr schnell. Und dann weiß man, ob man wirklich einen Mangel hat und kann es dann mit Spezialisten noch weiter absprechen, wie man dagegen vorgeht. Das hier ist eben eher was, ja, ein bisschen Spekulatives noch, weil es eben nicht wirklich erforscht ist in der Richtung. Aber, ja, wie gesagt, natürlich unabhängig von diesen Hormonen trotzdem hoch auch interessant, wegen all diesen Vitaminen und anderen Stoffen. Ein richtiges Kraftwerk. Auch wenn die Forschung diese Pollen noch nicht sehr untersucht hat, bisher in China, da ist diese Kiefern-Polle schon sehr lange bekannt. Also es gibt schon historische Untersuchungen, die zeigen, dass es schon seit mindestens 2000 Jahren eine wichtige Rolle in der Medizin und Ernährung auch gespielt hat. Also in der traditionellen chinesischen Medizin werden die Kiefern-Pollen verschiedenen Organen zugeschrieben. Zum Beispiel der Niere, der Leber, aber auch dem Herzen und vielen anderen noch. Und das heißt aber nicht nur, dass sie für diese Organgesundheit entsprechend sozusagen gut sind, sondern daraus leitet sich vieles noch ab. Das ist zum Beispiel auch Fruchtbarkeit, darum geht es dabei. Und Haut, Knochen, Haare, Spiritualität, einfach ein Tonikum für den ganzen Körper, für fast alle Organe. Und dementsprechend eben hat es da eine sehr, sehr wichtige Rolle als Stärkungsmittel für den ganzen Körper. Also spannend, dass es da schon seit so langer Zeit sozusagen in der Richtung verwendet worden ist. So, dann wollen wir mal mit der Ernte anfangen hier. Also hier haben wir jetzt eine Kiefer außer Kornmahl, wo jetzt hier die richtig voll sitzt mit diesen männlichen Blüten. Und die sind auch alle erntereif. Hier staubt es richtig doll. Und jetzt geht es um die Ernte. Also ja, wir nehmen uns dann einfach welche, knipsen die so ab. Ja, es fliegt immer ein bisschen Pollen dabei herum. Aber natürlich, je vorsichtiger man ist, umso mehr hat man hinterher. Und dann packen wir die hier in eins von unseren Fermentiergläsern. Man kann natürlich jedes andere Glas auch nehmen. Das Wichtige ist nur, dass es ein verschließbares Glas erstmal ist. Und das machen wir halb voll ungefähr. Jetzt auch nicht ganz voll, sondern halb voll. Und wie gesagt, ja, wir sind erstmal hier recht vorsichtig beim Ernten. Und man sieht es schon hier an meinen Fingern. Also es ist schon, ich habe jetzt hier vier solche Blütenstände abgemacht und der Finger ist schon komplett voll mit Pollen. Weil ja, dieser Baum, der hat halt einfach, da fliegt so viel Pulver durch die Luft, also kiloweise. Die haben so viel. Ist natürlich auch was richtig Gutes für angehende Gangsterrapper. Weil ja, es ist ja eigentlich bekannt, dass wenn man viel Pulver durch die Luft fliegen lässt, dass es sehr gut für die Street Credibility ist. Und hier hat man halt was, wo man mal richtig einen auf dicke Hose machen kann und richtig viel Pulver am Start hat. Also jetzt, genau, wenn ihr einfach abgeerntet diese männlichen Blütenstände und das Glas erstmal halb voll gemacht und dann geht es weiter. Das Glas ist jetzt halb voll und halb leer. Und jetzt wird einfach mal kräftig geschüttelt. Das hat den Zweck, dass diese Blüten sich so ein bisschen schon mal in Einzelteile zerlegen. Ja, das muss gut geschüttelt werden, das Ganze. Weil umso leichter wird der nächste Schritt. Denn, wenn es so ein bisschen durchgeschüttelt ist, ja, dann lösen sich da schon manche Teile davon. Und dann ist der nächste Schritt, das jetzt in ein Küchensieb zu kippen. Ja, wir haben hier so ein aus Metall sowas. Also da kann man halt nehmen, was man hat. Und ist da so ein bisschen was draufkippen von. Ja, vielleicht auch nicht gleich alles. Und dann wird weiter geschüttelt. Und dann fallen die Pollen in dem Fall hier in eine Schüssel. Also da kann man natürlich auch nehmen, was man will. Ist klar, ja. Also auch einen Kochtopf oder einen Eimer oder was auch immer. Der Tipp wäre natürlich, das eher draußen zu machen. Im Freien, weil sonst hat man relativ schnell relativ viel Pollen in der Bude. Und das ist natürlich die Frage, ob man das unbedingt will. Also da empfiehlt sich das draußen zu machen. Ja, es muss jetzt auch nicht so super gründlich sein. Insofern, da kommen jetzt ein paar kleine Teile mit auch durch. Und teilweise fallen jetzt hier auch ein paar Nadeln mit rein. Das ist jetzt hier nur die erste Siebung sozusagen. Also wenn da jetzt ein paar gröbere Teile in die Schüssel fallen, ist das erstmal nicht so schlimm. Und ja, das wiederholt man jetzt halt hier mehrmals, bis man so viel Pollen erstmal hat, wie man will. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Wir haben jetzt hier die erste Filterung eben gemacht. Jetzt hat sich hier unten in der Schüssel eben so ein Bodensatz hier gebildet aus Pollen, aber auch aus anderen kleinen Bestandteilen. Und jetzt geht es an die zweite Filterung. So kann mal ein Messer nehmen, Löffel oder Stock oder was auch immer. Und genau, dann haben wir hier ein zweites Glas. Also das ist jetzt nicht das, was wir drin gesammelt haben, sondern nochmal ein extra Glas mit einem feineren Sieb hier. In dem Fall haben wir hier so ein Teesieb, was sehr, sehr feinmaschig ist. Und da werden wir jetzt vorsichtig nach und nach dieses gefilterte vom ersten Mal jetzt hier von der ersten Runde durchgeben. So, muss man auch nicht gleich zu voll machen. Und dann ist halt so ein bisschen hier wieder filtern aufs Neue. Und dann fällt hier eben der Pollen in das Glas. Und der ist ja dann das, was wir wollen. Und dann ist er sehr, sehr sauber. Und dann haben wir hier fast wirklich nur noch Pollen in so einem richtig schönen Gelbton. Also es ist fast wie Goldschürfen, diese ganze Angelegenheit. Man wird da wirklich belohnt. Auch wenn es ein bisschen zeitaufwendig ist. Und nachdem dann eine ganze Weile gesiebt wurde, entsteht dann nach und nach hier dieser wunderbare Pollen eben im Glas. Sehr, sehr gut. Sehr rein, sehr sauber und wunderschöne Farbe hat das Ganze. Was wir dann noch machen, ist das andere Glas nehmen. Das wo drin wir den geerntet haben und immer geschüttelt haben. Denn durch das Schütteln ist ja auch ein bisschen Pollen überall im Glas verteilt jetzt an den Rändern und so. Und es wäre schade das zu verschwenden und wegzuschmeißen. Und da füllen wir das Glas dann einfach nochmal wieder auf mit diesen Blüten von der Kiefer. Und kippen dann Alkohol drüber. Mindestens 40% Wodka oder sowas. Und lassen das dann drei Wochen ziehen. Und dann hat man auch noch gleich eine schöne Tinktur. Und das ist natürlich auch ein Weg für Faule, wie man sich jetzt dieses ganze Filtern, was ja schon sehr, sehr lange dauern kann, sparen kann. Da kann man auch natürlich einfach die Blüten so sammeln und eine Tinktur daraus ziehen. Und hat dann auch was Feines. Und dann gibt es natürlich noch die Schüssel, wo wir alles hier auch rein gefiltert haben und rein gesiebt haben. Und die kann man zum Ende dann noch ausschlotzen. Hier diese wunderbaren von den Rändern mit der Fingerspitze einfach alles sammeln. Schmeckt herrlich. Ein bisschen nussig, aber schmeckt auch ein bisschen so, wie es im Baumarkt in der Holzabteilung riecht. Also eine sehr interessante Geschmacksnote auf jeden Fall hier. Kann natürlich passieren, dass man da so ein bisschen wie Asterix und Obelix, dass man wie Obelix ein bisschen mutiert, wenn man zu viel davon schlotzt. Aber ist halt auch einfach lecker. Also sehr fein. Die Kiefernpollen lassen sich sehr vielseitig einsetzen in der Küche, denn es ist halt einfach so ein Pulver. Und das kann man vielseitig benutzen insofern auch, weil es eben sehr angenehmen Geschmack hat. Ein bisschen nussig, ein bisschen waldig, aber sehr mild und dezent. Und wir verwenden das zum Beispiel ganz gerne auf Müsli. Streuen wir das drauf. Man kann es auch in Smoothies reinmixen oder auch teilweise in Brote verbacken und sowas. Also auch sowas geht alles. Eine Tinktur daraus machen. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Abschließend gibt es natürlich auch nochmal die Warnhinweise entsprechend. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr eine Allergie habt, solltet ihr natürlich nicht Pollen ernten, wenn ihr auf Kiefernpollen allergisch reagiert. Oder falls ihr noch eine unentdeckte Allergie habt, auch natürlich nur erstmal wenig davon essen und gucken, ob man das verträgt. Wie bei allen Sachen, die man noch nie gegessen hat. Und dann ist natürlich noch die eine Sache die Eibe. Also wenn ihr die ernten wollt, die Kiefernpollen, solltet ihr unbedingt die Eibe kennen und euch genau mit der Eibe befassen, wie die aussieht. Denn auch die produziert sehr, sehr viele Pollen. Und die ist tödlich giftig, die Eibe. Also hat natürlich ganz andere Nadeln und auch eine andere Rinde. Unterscheidet sich da stark. Aber die müsst ihr euch gut angucken in Büchern und auf Fotos und in Beschreibungen, dass ihr die auseinanderhalten könnt. Und ansonsten, wenn ihr jetzt keine Lust habt, das zu sammeln, dieses Sieben, das dauert natürlich schon. Wenn man da jetzt so ein Glas voll machen will, muss man sich schon einen Tag für die Kiefernpollen Zeit nehmen durchaus. Wenn ihr die Zeit jetzt nicht aufbringen wollt oder so, werden wir es euch auch verlinken, wo ihr es kaufen könnt. Also sowohl Kiefernpollen als auch eine Tinktur und sowas alles. Und dann könnt ihr es natürlich auch so verwenden. Und das war es dann auch mit den Kiefernpollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.